Ich schaue aus meinen Augen hinaus wie durch zwei Fenster. Draußen, da sind Leute, aber drinnen sind Gespenster. In meinem Kopf, da spukt es. Da ist es nicht geheuer. Da geschehen in der Minute 200 Abenteuer. Mein Kopf ist wie ein Haus mit 7000 Räumen. Und jeder Raum ist voll mit 7000 Räumen. Da draußen, da sind Leute, doch keiner kann herein. In meinem Kopf, in meinem Haus, da bin ich ganz alleine. Und ich guckee nicht einmal. Ja, da bin ich ganz alleine. Nein, ich guckee nicht mehr. Ich guckee nicht mehr. Ich guckee nicht mehr. Und ich guckee nicht mehr. Wir sehen uns mit einem Schwerpunkt. Ihr schaurannt sich. Untertitelung des ZDF, 2020